Dass Filme synchronisiert werden müssen, das wissen wir, dass das gar nicht so einfach ist, das vermuten wir. Daher zeigen wir Ihnen jetzt, in der nächsten Sequenz, einen Auszug von Trickfilmen, Rüke und die Statenmänner, live synchronisiert. Viel Spaß! Was ist denn los, Nare? Was ist los, Nare? Du bist ein Wegdinger, hast du Bauchschmerzen? Nein, 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 mir tut woanders weh, ah ja, mein Scham, mein Scham, mein Scham! Zahnschmerzen, ja? Hm. 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 Ich hab's. Prima. So könnte es klappen. Ich hab's. Mit Pfeil und Bogen. Damit ziehen wir es nur seinen Zahn. Hm? Gib mit Pfeil und Bogen eine lange, dünne Schnur. Pfeil und Bogen? Mhm. Damit ziehen wir es nur seinen Zahnrakure. Gib dem Pfeil und Bogen! Oha! Ohlala! Ohj company! Ah ja! Oh? Ah ja! Ah ja! Hi! Ja! Viins draussen! throne,ンフ writing, Whoop Whoop Tja, wir haben unsere Geschichte damals anders ausgegangen und die Wikinger hätten Amerika gar nicht entdeckt, dann wäre Amerika wohl ein Fremdwort geblieben und war Obama Elefanten-Taxi-Führer in Kenia geworden oder für alle Fußballfans. Die Feröer-Inseln wären niemals besiedelt worden. Guten Abend.